Und damit herzlich willkommen zurück in Liga 1 mit Real gegen Chelsea zu Hause in der neuen Saison. Also wir haben 0 Punkte, 10 Spiele vor uns. Auf geht's zum Liga-Titel hoffentlich. Ah, Benzema hab ich mal wieder drin. Genial. Sehr viel Sarkasmus. Na, mal schauen wir. Dieses Mal spielt. Es war so knapp. Es war so knapp. Mann, scheiße. Komm, Ronaldo. Sei nicht im Abseits. Du warst nicht im Abseits. Aber keine Chance. Komm, Kroos. Machst du gut. Kein guter Pass. Ronaldo. 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 Oh. Oh! Und schon, von Aldo, du stehst falsch, verdammt! No, no, no! So, nochmal hoch! Alter! Ja! Elfmeter, klar! Was macht denn der da? Warum geht denn der da so ran? Das sieht ein bisschen komisch aus nach Fluganlage. Und wie läuft Ronaldo da bitte mit hin? Egal! Mir soll es so was von wurscht sein! Den hauen wir rein! Komm! Ja! Schön gemacht! Ich bin getroffen! Und 1-0! Wieder Ronaldo, wieder Ronaldo! Wird aufgehalten! Schade! Komm schon, Modric muss hinterher! Oh! Jetzt brauchen wir nicht nur Modric! Das hier ist! Da sollte er nicht hin! Wer sollte zu groß eigentlich! Das war klar! Das war so klar! Das war so klar! Das war so klar! Meine Fresse will denn keiner ran! Schade! Hier macht es gut! Naja! Hört mir schlecht bei! Naja! Saldo macht es gut! Wann sind wir! Ronaldo! wieder ganz nach oben! Und dann gibt es gelb! Bisschen stärker! Dann kommt der auch ran! Schade! Jetzt aber ein Problem! Jetzt aber kein Problem mehr! Passiert! Dann hast du sicher! Gute mal! Schlechter Pass! Ganz grauenhafter Pass! Das ist ein davonlaufender Pass! Oh Gott! Riesenfehler von mir! Aber ein Katastrophenfehler! Ey! Ich kann mir sowas passieren! Schade! 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 Come Ronaldo! Gertatsch nines! Hitzig! Jetzt ist halt Benzema plötzlich auf der Außenbahn unterwegs. Oh, Jungs! Ach, Eckball! Scheiße! Und weit nach vorne! Oh Mann, was mache ich da? Ich hatte ihn doch! Ich hatte ihn doch! Mann! Jungs, der läuft falsch! Jetzt habe ich doch gesehen, dass er das vorhat. Ich gehe jetzt mal extra runter und er macht es nicht. Jetzt spiele ich schwach. Ich büße irgendwie nach dem Anfang des Spiels, wo ich immer überlegen bin, deutlich an Qualität ein. Oh Gott! Jetzt tue ich doch meine Mannschaft nur an Qualität ein. Jetzt wird erstmal gewechselt. Ich score rein. Kann man sich endlich anschauen. Scheiße! Aber spiele ich das gar nicht mal schlecht? So allgemein. Aber vor allen Dingen am Anfang bin ich gut und danach irgendwie büßt total an Qualität ein. Ich weiß noch nicht warum. Ich weiß noch nicht, ob er gut ist. Ich weiß noch nicht, ob er gut ist. Ich würde nicht so viel zu sein. Und vielleicht wäre ich auch nicht. Ich würde nicht so viel zu sein. Aber insofern ist er nicht so gut. Aber er hat nicht so gut, in Wahrheit. Er hat ihn nicht so gut, hat er? Nein, die Defenderen haben ihn in ihre Pocken, weil sein Bewegung nicht gut genug ist. Es ist sicherlich sein Platz. Ich weiß noch nicht, was passiert mit ihm. Ich weiß noch nicht, was passiert mit ihm. Der Rekord ist jetzt in der Halbzeit hier mit 2 zu 1. Der Scherz ist jetzt in der 1. Scherz ist jetzt in der 1. Scherz. Es ist so wichtig. Grauenhaft. 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 Darf ja nicht wahr sein. Und wir haben noch 45 Minuten zu gehen. Und setz euch die Zuschauer auf. Wir gehen jetzt auf. Warum ist das Spiel? Da ist der Sieg so wichtig! Ah, jetzt unterbricht er. Okay. Jetzt wird es ein bisschen Gewatte hier. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Das ist deprimierend. Was kann ich machen? Ich muss Druck hinkriegen einfach. Und den habe ich nicht. Also ich schon, aber nicht er. Es ist nicht mein Spiel, überhaupt dem zu folgen da oben. Das ist gar nicht meine Art zu spielen. Wieso mache ich das? Ja, das drauf gehen. Und die Räume sehen. Und dann mitgehen. Sodass der Gegner denkt, er hat die Chance. Er hat sie aber eigentlich gar nicht. Abseits. Boah, scheiße. Boah, scheiße. Okay, jetzt verweicht's. Das ist echt ein bisschen zu viel hier momentan. wieder Abseits. Mann, Ronaldo. Wo stehst du denn du? Willst du dich denn anspielen? Der ist ständig im Abseits hier. Und das ist eine super Interception. Komm, naja, keine Chance. Das ist ein guter Pass. Stell dich doch nicht hinten an. Hau ihn um. Mach irgendwas. Sinnvolles. Das macht er gut. Oder ich mach's total katastrophal schlecht eigentlich, aber... Alter Schwede, was ist denn hier los? Bitte, Castillas! Unfassbar. Was spielen die zusammen? Unfassbar. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Aber was soll ich denn machen, wenn sich da Marcelo hin positioniert? Katastrophal, katastrophal. Wirklich, wirklich. Das ist eine Katastrophe jetzt gerade. Doch nicht zu dem. Ganz im Ernst. Doch nicht zu dem. Verdammte Scheiße, Alter! Und wieder nicht zu dem. Klar, er kommt an. Das war Glück. Aber er soll nicht zu ihm. Er soll nicht dahin. Und wenn er da nicht hin soll, dann soll er da nicht hin. Egal, ob's gut ist oder nicht. Ah, und jetzt ist der Ton weg. Geil. Ich komm ihn hier einfach mal drüber. Scheiß drauf. Weiß nicht, warum er weg ist. Ich spiel auf jeden Fall nicht gut momentan. Wirklich nicht. Aber das Team tut sein Lieblings dazu. So, er ist wieder da. Da hat sich im Hintergrund irgendwas geöffnet. Meine Fresse, Ronaldo, Alter! Da steht durchgehend im Abseits. Da steht durchgehend im Abseits. Will denn keiner den Pass spielen? Der natürlich wieder im Abseits steht. Wieso läuft der noch 3.000 Meter weiter, wenn da nichts kommt? Ich verstehe es nicht. Und dann kommt der Pass nicht, weil der mich da umgrätscht. Wobei, hauptsächlich beide Tochter hatten. Trotzdem. Es ging auch auf den Mann. Ich bin ja hier im falschen Film. Was spielen die für Pässe? Alles, was ich hier mache, ist doch 0815 mäßiger Bullshit. Das ist nichts Besonderes. Das müssen die hinkriegen einfach. Ich verstehe es nicht. Wir machen ein bisschen die Beine bereit für ihn. Ist auch nicht schlecht. Alter, ich fasse es einfach nicht. Der und der, komm. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Das ist einfach nur eine einzige Katastrophe. Das Passspiel. Die Zweikampfwarte. Alles ist wirklich ganz, ganz schlecht. Wunder mich, dass er nicht wieder im Abseits war. Das ist dann eben sehr danach aus. Nein, es klingt mir nichts auf totale Offensive. Er macht das hellesmäßig gut, habe ich so das Gefühl. Nur, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich kriege keinen Zugriff auf das Spiel. Und es laggt auch hier momentan. Obwohl ich 60 FPS habe. Ist nicht mehr wahr sein. Ist genau alles nicht mehr wahr sein. So, hau ihn wenigstens noch rein. Mann, das ist ein Foul. Auch das ist eins. Auch wenn er den Ball mittrifft. Er geht auf den Mann. Verdammte Scheiße, Alter. Alter. Ja, als ob ich das jetzt noch schaffe. Glaubt er das selber nicht. Der verkünstelt sich auch ein bisschen. Alter. Was soll ich denn machen, wenn der mich da überall umhaut? Es sind Fouls. Es sind einfach Fouls. Und es wäre ein Elfmeter. Auch wenn es um 3-2 wäre. Dann steht es 3-2 und nicht 3-1. Verdammte Scheiße. Wenn mich sowas ankotzt. Das ist mein Beruhigungs-T hier. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Unglaublich.